So Jungs, jetzt kommt ein Trick, den ihr so noch nicht kennt. Wusstet ihr eigentlich, wusstet ihr, wenn man Ketchup auf den Teller tut, wenn er dann mal aufgeht, und Salz drüber streut, dann wird das richtig heiß. Aber so richtig heiß, das ist der Hammer. Ja, das ist so eine chemische Reaktion. Alter! Ja, jetzt ab, jetzt ab! Die Jacke nicht, die Jacke nicht, die Jacke nicht. Die Jacke ist nicht voll auf dem Weg. Die Jacke nicht, die Jacke nicht, die Jacke nicht.